willkommen zu einem neuen part von pokémon schwarz 2 wir sind gerade in der strand grotte südlich von der letzten stadt hier ist auch noch ein trainer nice ok 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 da ist ein item südlich von der letzten stadt von der wasserstadt weiß jetzt nicht wie die hieß um ehrlich zu sein auf route 21 und dann kamen wir hier in die strand grotte rein ein onyx wir haben momentan michel vorne weil wir wollen michel immer noch weiterentwickeln sie sollte sich jetzt und demnächst weiterentwickeln entweder nach diesem kampf oder noch ein level später aber ohne es kommt uns genau recht erdkraft und es ist weg level 45 sein steuerakt michel noch einfach mal weiter falls sich doch noch nicht entwickelt also kurz vor level 46 bist er trifft das hat auch eine geile attacke michel ist sehr schön stark das passt keine chance so jetzt bin ich gespannt entwickelt sich michel schon oder ist im nächsten level jetzt wunderbar nun erreicht auch michel ihre ent entwicklung wird von wie braver zu die bell drach haben einige stärker die welt haben wir ja schon in der drachen arena gesehen und auch gegen gekämpft dieses war glaube auf level 46 oder so bedeutet wir haben da schon ein bisschen erfahrung wie stark es sein kann und ja es kann sehr stark sein und jetzt so ganz auch drachenrote erlernen konnte ja michel vorher noch nicht daran rote putzt das ziel vom feld und wechselt es mit einem anderen pokémon aus wenn es kämpfe gegen wilde pokémon stärke 60 genauigkeit 100 wie viel stärker hat vor allem auch stärke 60 dafür genauigkeit 100 würde trotzdem daran wurde nicht mit reinnehmen da ist mir vorher oder genauigkeit ein bisschen lieber vor allem wird ja auch eines tages ausgetauscht gegen eine bessere attacke hier ist ganz ein pokémon dieben gehen persin wäre so natürlich kämpfen wir mit michael jetzt so weiter da sind ein paar kieslings okay ich möchte mal vorher schauen einerseits hier unten müssen eine top genesung das haben wir nur eine davon ja komme ich da noch schnell hin ane das ein trainer ist das ich komme dazu und dieser staubwolke dass ich dafür ein stück kriege weil wir brauchen nur noch drei indigo stücke aber nein hier ist ein trainer der uns aufhält und nach dem kampf ist die staubwolke eh weg so jetzt kann michael ihre neue power zeigen gegen ein wie brava passt ja auf level 46 hä das hat sich noch nicht weiterentwickelt okay michael in der entwicklung aber ein level niedriger als das gegnerische pokémon euer oder trotzdem sehr 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 ui da merkt man die power von michael jetzt wow ein score klar blut boden sehr interessante typ kombination ich wechsel zu renne aus einem einzigen grund als sieb unter score klar ist weg vier verschwäsche gegen als es seit das ist geil dass wir jetzt auch ein eis die pump oder eine eis attacke besser gesagt so wer fehlt bei wem fählen jetzt überhaupt noch die entwicklungen bei film und bei luke oder jonas hat rené hat nico hat michael hat genau nur noch bei fin und luke fehlen noch jeweils die ent entwicklungen ohne person wäre sehr nice er muss irgendwo ein item sein ein indigo stück ja nice das heißt nur zwei stück kann ich ins dauer ein pokémon beibringen oh da ist ein trainer damit habe ich jetzt nicht geht und der versperrt mir jetzt nicht den weg da was ist denn das für eine scheiße also das hätte man da mal anders reden können ich habe zwar zu auch mal mit dabei aber trotzdem euro kex um ich hätte erschastet es waren kampf typ glaube ich kampf und licht oder so ich setze einfach mal erdkräfte ein weiß ich wie viel schaden das macht okay ganz so viel allerdings senkt sich die spezial verteidigung und unsere initiative vom kick okay ich glaube sonst mit der vorentwicklung hätte das michael komplett umgehauen sie wäre besiegt gewesen aber heute 46 für michael so was hier ist werde ich ja später erkunden hier nochmal zurück jetzt hier hoch und dann mal rüber ich doch mal kurz ein anderes pokémon auf die 1 nehmen zum beispiel denn er braucht aber vorher noch einen superdrang von mir ich weiß nicht wann finden und luke sich weiterentwickeln ich glaube erst etwas später also da müssen wir noch ein bisschen warten gerade bei hin wenn sich ja erst vor kurzem entwickelt hat aber was heißt vor kurzem ist jetzt auch wieder ein bisschen nein das ist staubwolke weiß nicht ob ich die rechtzeitig reichert ich probiere es nicht ein stahl juwel ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet aber ok jetzt geht es hier zum alten und sind wir hier bei dem trainer wo wir schon gegen den bekämpft haben war dann sonst genau was hier unten halt ich glaube auf der anderen seite da waren wir da kam ja nicht weiter oder genau meine käschen und ich haben schon auf einen starken gegner wie dich gewartet wenn du hier vorbei willst musst du erstmal meine robuste wenigkeit meine käschen in die knie zwingen ja wir waren noch nicht stark genug für ihn daher kamen wir hier auch nicht weiter und damit das weiß man meine käschen sind wirklich unglaublich robust ganz ganz robust dann bin ich ja mal gespannt sehr gespannt hat er jetzt nur käschen dabei das vier stück wahrscheinlich das kann ja kampf werden ich werde erst mal versuchen mit von mir ist was zu reißen jetzt gleich mal jetzt aber ein und mal sehen wie gut das läuft muss der gut war stein kannte sehr effektiv hat finden dabei ist es beinahe besiegt wurden rüber zu ich setze erst mal kurz hier im kampf ein beleben weil ich mich das finde die ep kriegt das war so knapp explosion ja es ist das glückste was er machen konnte allerdings macht das nicht so viel schaum bei rené was nicht sehr effektiv ist genau er dumm von ihm hier bleiben gleich bei rené der kampf hat er kommt das ist weg es sein dass er robust zeit das kann natürlich sein hey ich möchte nicht das kann natürlich sein dass er auch robust zeit hat ach macht eh nicht so viel schaden aus dem von dem grund weil natürlich so viel schaden macht wie schwer das gegner wie schwer der gegner ist oder halt richtet sich nach dem gewicht des gegners diesen dingen ist halt nicht so schwer weil es nur ganz klein ist ein kleiner kiesestein ist halt nicht mehr aber trotzdem macht er mal weiter vielleicht können wir mit eis irgendwie was regen hier er weniger ist dann sturm das macht uns jetzt eher weniger was aus ja gut dann müssen wir weiter mal fuß kick einsetzen ist das dein ernst metallklaue und immer noch eine bessere stahl attacke wenn wir so auf und noch ein gießling wie viel schaden macht metallklaue ja es ist so sehr effektiv denn als und noch mal metallklaue ich glaube wäre es eine schöne starke attacke dann wäre es gießling auch gleich bei der stahl attacke angewiesen aber naja ist wirklich stark alle achtung das heißt wohl dass meine gießlinge und ich noch was da werden dafür unser training fortsetzen müssen was und dann obwohl ich dachte auch dass wir hier erst durchkommen nach der liga aber okay jetzt kommen wir eigentlich hier auch durch aber wir müssen jetzt nicht hin das wir jetzt noch machen wir genau runter weil man kann mit surfer noch einige anderen andere stellen erreichen so erstmal kurz mal heute schon ein paar super tränke mal verteilen für die die es brauchen zum beispiel finn und michelle auch noch mal ruhig ein paar tränke passt sind wir wieder gut aufgestellt wir hätten natürlich zur pflegerin oder ist ja keine pflegerin ist ein arzt hingehen können aber naja kurz hier den trainer hier überspringen das ist ein bisschen doof gemacht ich möchte kurz schauen ob hier was in der ecke ist ne kurz wird weiterhin gesetzt ich habe natürlich doch nicht vorgelesen was es hier für bruchmann gibt das kann ich mal kurz hier vorbereiten und gott so weiter gehen wir kurz hier zum item eine herzschuppe so im erdgeschoss 1 findet man zu 35 prozent ein enteron und 10 prozent ein europe zu 15 prozent ein sedimantur 35 prozent ein fleck 0 und zu 5 prozent ein zappladen unser luke sozusagen äh ich mache gleich weiter ich möchte kurz hier hin um zu schauen was gibt es hier ist das ein komat ok ein kastellied ach leu kann man auch gegen kämpfen interessant ja gut komm finn das schaffst du jetzt noch ich glaube an dich hitzewelle jetzt da keine wirkung wunderbar und nochmal so im untergeschoss 1 da wo wir gleich hingehen findet man zu 20 prozent enteron zu 5 prozent potrotz zu 35 prozent sedimantur oder flecknall und zu 5 prozent zappler leck da oben gibt es noch ein item ein kalzium und mit dem erdgeschoss 1 mit man einmalig ein kastellied das haben wir halt hier jetzt sehen hier aus gut 21 auch da ist das segelschiff ich wollte da eigentlich jetzt nicht so hin petro das ist die einzige gefunden ich wusste doch du schaffst es aber wie kommen wir jetzt da rein wartet eine schwerbrücke hat sich feierlich herabgesenkt ok das sollte passen und ich dachte du hättest keine ambitionen gegen team plasma zu kämpfen meine freunde ich habe kein problem mit team plasma es kann schon sein dass die wirklich allerlei böses aushacken aber nur weil alle sagen sie sind böse will ich sie nicht vorschnell verteufeln ohne mir selbst eine meinung gebildet zu haben das ist einfach nicht mein stil doch wenn ihr hilfe braucht dann will ich euch auch helfen soviel ist auf jeden fall klar danke hört mal her ihr müsst an etwas glauben die gestohlen pokémon zu suchen ist auf jeden fall ehrenwert die einere region vor der allzeit zu bewahren ist ebenso nobel jeder grund ist im prinzip recht was jetzt ist das warum je stärker ihr an etwas glaubt desto stärker werdet ihr werden ihr und eure pokémon ich war ein bisschen laut da sind ein paar leute aufgetaucht also dann immer schon vorsichtig sein was soll das so ein drücke bearer naja vielleicht war ja auch nur auf seine eigene art freundlich also los nichts mehr rein äh wir noch nicht wir gehen wieder zurück weil wir sind hier noch nicht fertig ich möchte erstmal hier alles fertig erkunden oh leil ja das nächste buchmann was man auch hin kann per staubwolke stahl ober zu 100 prozent wie man jetzt hier sehen kann so viele gibt es die gibt es gar nicht so gesehen so und wir wollen erstmal hier ins untergeschoss weil hier gibt es noch eine menge zu holen sehr sehr viele stärker felsen wie ich sehe sehr sehr viele ein unlicht juwel kriegt man hier nur juwel ok und ein topschutz ich weiß nicht ob unser vor allem sklava stärker erlernen kann wir schauen mal kurz weiter wir sind nicht bei den tms wo sind denn hier die tms da denn wir brauchen natürlich jetzt eine stärke hier weiter zu kommen sonst müssen wir irgendwann hier wieder zurück gehen michelle oder rené könnten es erlernen na toll ja moin bringt mir jetzt aber nix weil da sind mir die attacken von dem bein viel zu schade für ey das kotzt mich gerade so ein bisschen an ein stahljuwel wenn hier nicht weiter kommt oder stärker ja gut dann können wir hier nichts machen dann gehen wir jetzt doch zum schiff aber ich möchte kurz noch vorlesen was man sonst nur hier hätte kriegen können verzurfen zu 30 prozent ein jurop zu 70 prozent ein quabbel per superangel zu 70 ne zu 30 prozent ein muschers zu 70 prozent ein libiskus per pokamonschatten beim surfen 60 prozent jurop 10 prozent jugon 30 prozent aquacronip und per pokamonschatten bei der superangel zu 65 prozent muschers zu 5 prozent austaus und zu 30 prozent libiskus so let's go hier raus und dann geht es jetzt hier auf das schiff ja wir sind eigentlich gut vorbereitet ich möchte kurz schauen ob es hier draußen noch hier oder da noch ein item gibt so topschutz brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr ok ich denke mal das war es dann hier gehen wir mal an bord Teamplasma ist hier sogar schon die überlasse ich dir dich hast du auch locker oder hey hey ja du hey ja du hey ja du hier gehörst du diesen typen mit der lustigen Bahnrose der die Gangway untergelassen hat du ein Mist alter wir haben sogar das Kastenlied beseitigt dass es euch den Weg versperren sollte auf gehts Bleist mal das ist ja geistig behindert oder was ich glaube der hat eine geistige Behinderung ja gut ich weiß dass er eine geistige Behinderung hat wenn er hier schon bei Team Plasma arbeitet ein guck mal da was soll es denn da mit anrichten da kannst du auch nix machen Problem ist nur dass Hitze wenn er nicht mehr so viel AP hat da fette oh ok mit wem wechselt er Unrat ne die Ponytox äh da wechsel ich gleich mal zu Michelle weil Michelle kann da mit Abonata ein bisschen Schaden anrichten um ernst zu sein Amnesie was macht das? jetzt hat er da die Junge hin oder? ja steig stark wir greifen eh physisch an zumindest mit Michelle mit Finn hätten wir natürlich speziell angegriffen oh Toxin Vergiftung das heißt Michelle wird dann gleich ausgewechselt sobald das die Ponytox down ist schön gemacht das ist schön so jetzt fehlt nur noch dieses Kugmala da wechsel ich wieder zurück zu Finn weil wenn er nur normale Attacken oder so hat kann er halt nicht viel machen Horrorblick dass ich nicht fliegen kann somit kann ich auch nicht wechseln ist mir egal Inferno trifft ich möchte halt die AP bei Hitzebälle so ein bisschen sparen und Inferno ist eine schöne starke Attacke ja machen wir mal Gegenstoß Stafette schlägt viel ich weiß nicht was Stafette macht ich glaube war nicht Stafette so wenn man Statuswellungen hat wie zum Beispiel Verteilungsboost Angliffsboost oder so dass das an den nächsten weitergegeben wird oder so kann sein weiß ich aber nicht so er ist besiegt er ist besiegt verfliegt die Gengaray ist noch nicht hochgezogen da laufen sie von also gut dieses mal werde ich dieses Schiff genau unter die Lupe nehmen neulich in Maria City kam Violazos von dort drüben ja stimmt in Maria City war ja dieses Schiff auch schon mal das ist ja dieses Segelschiff aus Stratus City was auch dann halt Twin Drake City vereist hat als ich in Twin Drake City gesagt habe dass das wohl das Schiff ist aus Stratus City die Seeschiff habe ich nicht daran gedacht dass wir hier schon mal drauf waren Maria City wo wir gekämpft haben glaube ich mit Schieren und Retro dann verjagt wurden auch von diesen komischen Typen da die sich teleportieren können so das Retro braucht irgendwer von uns eine Heilung noop so hier oben ist ein Item einfach so ein Beleber gut nehm ich wir schauen erstmal hier in die anderen Richtungen hier unten ist ein Team Plasma Typ ich schaue erstmal hier nach oben hier ist nur ein Item die TM 67 Heimzahlung ok ich muss glaube ich schon links auch noch ein Gegner sein äh ein Item meinte ich nein auch kein verstecktes nö so was ist mit dir der scheint zu schlafen ja äh kann ich mich da nicht vorbeischleichen so ah Pokémon Logik gut dann schauen wir mal zu Retro ach hier geht es auch dann runter hier ist es los lass uns gehen na gut dann gehen wir mal hier rein ach ich habe eh keine andere weil ich kann den Charakter eh nicht steuern wer seid ihr denn nur dass du es weißt ich bin jetzt richtig sauer Zweierkampf ja geil wir haben Finn momentan nach vorne zwei Pokémon jeweils Golbert und Vipitis ok da wäre eigentlich Nico nicht schlecht aber ich versuche es erstmal mit Finn ok dein Pokémon ist natürlich auch schon auf der Endentwicklung Flampierex so was könnten wir theoretisch mal einsetzen Conferno greift nur einen an ok haben wir mal Hitzewelle auf beide ja nice wusste gar nicht dass das auf beide geht Akrobatik wow macht sehr sehr viel Schaden sehr effektiv er setzt Kopfstoß auf das Stolbert ein ok besiegt ja nice dann Hitzewelle nur auf das Vipitis aber er hat sich selbst getötet das ist natürlich dumm von ihm so Gifthiep nicht sehr effektiv ja sehr schön Volltreffer sehr schön Finn das läuft doch so Pion Draghi kommt und Rudashita von Retro ok ein Wassertiep und die Ponytox ne doch die Ponytox so Hitzewelle auf beide hier er setzt Siedewasser auf das Pion Draghi ein ist nicht so gut weil vor dem habe ich am meisten Angst Autsch das wird weh tun das wird sehr weh tun das tut weh Mist was ist das für eine Attacke ok hm wir setzen Michelle ein sie ist zwar schon ne Nico Nico da kann ich mit Psycho was machen Psycho Kinese auf die Ponytox er setzt wieder Siedewasser auf Pion Draghi ein das heißt es ist weg sehr schön und wir sollten die Ponytox eigentlich auch besiegen können wunderbar lief doch super aus als wenn halt besiegt wurde aber naja Finn braucht halt auch seine Ententwicklung genauso wie Luke ach ich muss die anderen warnen alter oh nein wir müssen die Schalter bewachen weiter weiter wir hatten viele nicht dabei das sind Barrieren der Typ vorhin hat gesagt dass man sich auf die Schalter stellen muss die Barrieren zu deaktivieren denn es wir teilen uns auf und suchen nach den Schaltern gut keine Heilung retro schade ich hatte so ein bisschen gehofft dass er uns mal eine Heilung gibt oder so das bräuchten wir aber aber nein Gretro ist ein unehren Mann und gibt keine Heilung was mach ich denn hier mach ich denn hier einen Supertang und so da warum ist das so weit nach unten gerutscht ich weiß es nicht wunderbar jetzt gehts hier runter da schon wieder hoppla ich sehe mich nicht so misstraulich an zwar diese Klamotten aber ich gehöre nicht mehr zu Team Plasma ich bin ein Spion hier für den Fall der Fälle er sagt das während andere Team Plasma Typen hier sind es war schwer sein seine ehemaligen Kameraden zu bespitzeln sag mal weißt du etwas über ein Filidolo dass ihr ein Eventual zu dir gestohlen habt darüber weiß ich nichts das dachte ich mir von einer Bandit die die Weltherrschaft an sich reißen wollte habe ich auch nichts anderes erwartet wer ist das vielleicht wollte das damals wirklich die Pokern retten so einen Trainerkampf machen wir schnell noch hier und dann ist der Part E vorbei eigentlich wäre er jetzt schon vorbei aber ich habe jetzt nur noch Bock auf einen Kampf von daher machen wir den auch noch so ist das ja nicht ein Pion Draghi da wechsle ich gleich Finn aus wir haben am letzten Kampf gemerkt was passieren kann wenn wir Finn nicht auswechsen ein Nachthieb und Finn ist weg äh Nico so obwohl Nachthieb auch auf Nico sehr effektiv ist daher müssen wir mit Nico auch jetzt eher sehr vorsichtig sein ja das war klar war klar ok was keine Wirkung ich glaube den Fehler haben wir schon mehrmals gemacht kann das sein ähm Shell ja es vergiftet aber wir versuchen es trotzdem mal wenn ich dran denke werde ich mal zum nächsten Part zum Arzt zurücklaufen und mal die Buchmann heilen von Michael Schaste Erdkräfte wunderbar wir greifen als erstes an sehr schön das war meine Hoffnung man merkt was Michael zu einer wie sie jetzt zu einer Maschine geworden ist gut wir sehen uns im nächsten Part wieder bis dahin euch noch viel Spaß und Bye Bye Bye